Hallo, ich bin der Vario und ich sitze hier gerade neben einer Cool Life H953. Die habe ich hier mal mitten im Dickicht aufgehangen, weil ich hier im Schnee viele Spuren gesehen habe von Füchse und Rehe. Der Schnee ist mittlerweile schon lange weg, aber ich habe jetzt die Aufnahmen eingesammelt, da sind ein paar schöne dabei, die möchte ich euch zeigen, aber zuvor möchte ich noch den Gewinner ziehen von der letzten Verlosung. Und zwar ging es um die Siomor CY63. Ich habe ganz einfach die Namen alle ausgeschnitten, das waren 12 oder 13, waren nicht so viele, habe die hier reingepackt. Das ist übrigens ein Behälter von meiner Lieblingsnascherei, für Kinder nicht geeignet, ist auch nicht so extrem süß. Lakritze, ummantelt mit weißer Schokolade und Fruchtpulver, was völlig ungesüßt ist und damit sehr sauer sein kann. Richtig lecker. Da sind jetzt die Namen drin. Ich ziehe da jetzt einen Schnipsel heraus und derjenige bekommt dann von mir die Kamera mit ein paar Sachen, die ich extra mit reinpacke. Okay, da ist einer. Mir fallen hier. Was steht da? Sandra Waldlaufer. Ich denke, was heißt Waldläufer? 4978. Du hast die Kamera gewonnen? Schreib mir eine E-Mail, die steht in der Kanal-Info mit drin. Ja, und schick deine Adresse mit dazu, dann kriegst du von mir das Paket und ich wünsche dir viel Spaß mit der Kamera. So, und wer war denn hier noch mit drin? Plempe? Gut, Plempe hat ja gerade bei Hadi eine Kamera gewonnen. 7, 8, Sunny. Oh Gott. Peter, UI4JB. Peter, du musst bei den Gewinnspielen zwischen der Raute und dem Text die Leertaste weglassen, sonst kann die Automatik, wenn ich das automatische Programm verwende, diesen Code nicht erkennen. Martoms Abenteuer. Die kenne ich. Martin und Tom oder Thomas. P. Petra Ziem. 18, 97. Valentins Welt. Mit dem habe ich gerade ein anderes Projekt zusammen. Niedersachsens Natur. Wilde Weidmannslust 4666. Vogel Foren, Singvogel. Falk 082. Da ist noch einer drin. Dirk Nickel. Der hat auch noch mitgemacht. Die Schnipsel sammle ich alle wieder ein, das soll hier nicht rumfliegen. Wir sind im Wald, muss nicht sein. Und jetzt kommen die Aufnahmen der Cool Life HA 953. Viel Spaß. Und dann kommen die Aus Dietung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020